Also wir müssen im Spillover Event machen. Überstehe im Trupp Akaen an Stürme in Spillover 30 Stück, löse in Spillover im Trupp in nur einem Versuch Auswuchskolonien auf 18 Stück, erziele Minierung durch Kopfschüsse gegen unsichtbare Akaen in Spillover 30 Stück und zerstöre in Spillover im Trupp alle Auswuchskolonien und evakuiere 3 Stück. Und halt 500 Kills insgesamt, egal in welchem Modus. Da sind wir nach 2 Spielen schon bei 220, das geht ja recht fix. Oh und Truth or Konsequences Studien sind aktiv. Spielen wir jetzt in einem Truth or Konsequences Match? Weil da hätten wir jetzt Schleichassassine, nutze Akaen Schwachstellen für Tarneliminierungen, ganz allein schalte in jeder Subzone in einem Übergriff 3 Gegner per Tarneliminierung aus und dem Rauch eliminiere Akaen, während sie mit Rauch bedeckt sind. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass wir in Texas spielen, bevor wir mal in Texas waren. Aber naja. Ich werde Fuse spielen, glaube ich. Das andere finde ich aber auch lame. Hier vielleicht bei Betäubungskanade. Und hier nehme ich das Wiederbelebungskriff. Man weiß ja nie, was man braucht. Ich bin gespannt, wie Spillover so funktioniert. Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir jetzt direkt im Sierra County Krankenhaus sind. In Truth or Konsequences. Es gibt ja zumindest immer Events, ne? Das stimmt. Wir sind ja auch relativ regelmäßig. Der ist zwölfmal Munition, ey. Ciao. Jetzt kommen hier Wellen, oder wie es hat? Das ist irgendwas, bevor du den Kanister und Auflösungsmittel verzierst. Bereite deine Verteidigung vor. Bereite deine Verteidigung vor. Ja, wir haben keine Verteidigung. Was labert der da? Wahrscheinlich Wände aufbauen und so. Also ich könnte hier einen reinstecken. Können wir einen reinstecken hier. Klingt bewirklich, aber wenn du meinst, dass du das mal musst. Ich verteidige das Ding hier auch alleine sonst. Ich mache hier jetzt alles dicht. Objekt gesichert. Wie viele Wände hat man? Äh, vier? Man zieht sich eigentlich auf den Boden. Drei. Kann man zumindest weglasern, aber es kommt wieder. Bei mir geht's nicht weg. Oh. Komm mal, mit dem Laser geht's weg, aber dann ist es gleich wieder da. Ja, sehr, sehr schlecht. Hast du jetzt schon was reingesteckt bei dir? Ne, ich will jetzt gleich mal was reinstecken. Ich stecke jetzt rein. Boah, mach mal. Was ist denn das für ein Symbol überhaupt? Keine Ahnung, mach, Alter. Wir sehen's ja gleich. Vielleicht verkacken wir halt auch einfach hart. Ja. Oh, den Automatik Tower. Joho. Er schießt hier. Oh. Ich will hier mal hin. Ja, was hast du denn da jetzt gerade gefeuert? Das war doch gar nichts, oder? Ja, doch, weiß ich nicht. Doch, da ist da ja was. Wow. Warum bin ich geblendet? Irgendwie hat er Sporen von uns im Team. Ja, okay. Das ist jetzt ja noch nicht die... ...de härteste Punkt. Ich lad mir meinen MG nach. Das dauert wie immer ein bisschen. Okay, no. Ich weiß auch nicht, wenn das hier abgeschlossen ist. Ach, 20 Sekunden. Naja, wenn das... Ich hab die Tür jetzt hier aufgebrochen. Aber ist ja nicht schlimm. Also... Ist jetzt nicht so schwer bisher. Aber das ist jetzt auch keine schweren Gegner irgendwie, ne? Wenn jetzt ein paar Quäler und sowas kommen, dann wird es ein bisschen schwierig mit dem langsamen Laufen hier auch. Es ist gut, dass du so unter mir, ey, rumschreust, ne? Ich hab meine Munition aufgefüllt. Ja, dann würde ich sagen, hier die nächste Zone, wa? So. Hat dann jemand schon was zum Reinstecken? Ja, er ist dabei, er ist dabei. Ja, er hat das Reinsteckbare, ist okay. Mhm. Ich hab mal Dichtware. Oder er hat Rehektgeräte dabei. Warum? Ich dachte, er hat... Ach Gott. Ich dachte, er hat so'n Ding. Hat denn jemand schon was zum Reinstecken? Äh, ja, er hat was, er ist dabei, er ist dabei. Äh. Das ist Phase 1. Achso, wie viele Phasen kommen denn wohl noch? Objekte, keine Ahnung. Einige bestimmt. Hm? Man sieht hier hinten auch, ist das Fenster hier offen. Äh, er hatte jetzt... Aber gleich nicht mehr, mein Freund. Ich hab noch so'n Geräte jetzt mitgebracht, ne? Ich leg's mal hier hin. Mach mal. Fenster Marikade steht. Ach, das ist schon... Das ist schon im Gange hier. Kriegst du irgendwie Kills? Ja, lauter Kills, die waren alle dahinter, tatsächlich. Oh, ja. Oh, unsichtbare AKE, die mich fast getötet hat. Ich brauch'n Medi-Kit. Ich geh' zum Medi-Kit. Mach mal ruhig. Oh Gott. Mir war tatsächlich gar nicht bewusst, dass man... Dass diese Wand hier, äh... Jaja, mir auch nicht, mir auch nicht. Man sieht's auch so schlecht, weil er halt alles einfach... Voll ge... Ja, voll geist ist, ja. Die haben noch nicht Spaß hier in der letzten Party, würd ich sagen. Bitte an die Decke. Oh, hier geht die Wande auf. Scheiße, Sprenger schon wieder. Hinter mir! Take it off! Nach demnächst mal nachladen, ich hab' noch 30 Schuss Mg. Vier Sekunden noch, ich lad' jetzt nach. Wobei, ich lad' nicht nach, ich kann Munitionskester auch sagen. Ah, doch, ich lad' lieber nach. Nice. Joa... Was ist das denn hinten für'n Kopf? Was ist hier das Kopf-Symbol? Wo bist du denn überhaupt? Hier hinten ist'n Kopf-Symbol. Die sehen irgendwie anders aus als die anderen. Oh ja, stimmt. Sie sind bestimmt ein Gegner, ein großer oder so. Die sehen auch schon zwischen wie so'n End-Bot, ne? Ja, aber wir machen den kleinen hier erstmal, den hier, oder? Wir machen jetzt Stück für Stück. Steck' jetzt auch mal was rein. Ich geh' hier rüber, sonst haben wir hier schlechte Übersicht. Ich bin im Raum links von dem Ziel. Ich hasse ja, dass sie mit Blendsporen hier ankommen. Ja. Unser Teammate hat ordentlich Probleme. Ja, ich weiß noch nicht, ob der schießt manchmal. Ich muss die ganze Zeit bitte nach links schießen. Schlag' mich bitte, schlag' mich bitte, schlag' mich bitte. Er hat mich geschlagen, alles gut. Ja, okay. Soll ich meinen LMG hier nachladen lassen? Ja, ich auch. Ich lad' jetzt mal nach, ob ich jetzt was. 47 Sekunden. Äh, wow. Er hat anscheinend auch welche an sich. Ich bin nicht von ihm geblendet. Ah, scheiße. Geistert. Warum spielt er mit Pistole, der Idiot? Keine Ahnung. Wow. Ich hatte hier alles easy unter Kontrolle. Wenn ich nicht so stelle, jetzt bin ich auch gleich geblendet. Danke. So. Ich glaub' es war's, wa? Danach. Oh, doch nicht. Hier kommt noch was. Übertreib' doch nicht, hier mit einem Geräusch. Ja. Ja, das sieht ganz gut eigentlich, ne? Warum hab ich noch keinen Damage gekriegt? Ja, ich leider schon auf 16 runter durch einen Sprenger, der nicht mehr explodiert ist. One-Hit. Ja. Der kam unsichtbar und, äh, sen setzt it, ne? Steht's gerade, Ausfluchskolonie Elite. Ja, denn, äh, lad ich doch mal nach. Sind du bereit? Ja, stell mich hier hinten hin und wer von hier aus kennt. Ich mein', wie kann man denn nicht bereit sein? Das ist ja auch die Frage ein Stück weit, ne? Gut, da kommt eine Sprengrenode hin, da hinten will ich auch eine haben. Da ist die erste Jedi-Schnur. Da kommt auch eine hin. Wow. Was für ein dummer Idiot. Hat er gemacht? Hat sich selbst fast in die Luft gejagt. Wow. Er ist auch nicht so pralle, ne? Wenn er eigentlich ist. Nee. Find ich leider auch nicht. Ist halt dauerhaft überfordert eigentlich. Ohne Lead zu zählen. Ich muss nachladen kurz. Kurz ist gut, das dauert im Moment. So, bin wieder dabei. Ich lädde auch kurz nach, weil grad nix kommt, ja. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, würd ich sagen. Jo. Das hier draußen nicht so zieht, ne? Der Elite da hinten. Ja. Er ist schon von einem so'n Typen überfordert, ey. Ich muss nachladen. Keine Munition mehr. Aber ich kann nicht nachladen, die Pistole. Ich lade jetzt nach. Ja, sollte auch gewesen sein. Sieben Sekunden. Es kommen keine Gegner mehr normalerweise jetzt. Glaube ich jedenfalls. Out. Auch den haben wir geschafft. War nicht so aufregend. Ich verstehe. Ich verstehe nicht, wie er so wenig Leben schon wieder haben kann. Der steht eben wieder neben seinem explodierenden Scheiß-Ding. Voll. Ich bin lieber von draußen tatsächlich. Ich bin auch draußen tatsächlich. Ja, aber ich halte hier links die Flanke. Für die erste Biete ziehe habe ich ja. Na. Nach meinem Freund. Da habe ich einen Schütze getroffen. Äh. Der ist über die Mauer geklettert. Das habe ich nicht erwartet. Eine Elite, der ist aber geblendet, aber ich muss nachladen. Sehr gut, ja, ja, ne, das erste Autogetrid schon hat, ist fies, aber gut, wir sind die erste Runde jetzt dabei, ne? Gleich die Spider, würde ich sagen, mach da mal was hin. Aber 25 Sekunden, ne? Ja. Da geht auch mal so aggressiv und nah ran, hinter uns kommt gleich was, aber wo, ist hier im Fenster jemand? Oh, eine Elite im Fenster. Ist tot. Oh, das ist noch eine Elite. Wo? Oh, ist mehr tot. Jetzt. Okay, ich lade nach. Äh, jetzt haben wir wieder nichts mehr zum mitnehmen, ne? Ich muss mal wieder zurück und zum Gadget holen. Oh nein, zu früh losgespringt, ist das Nachladen wohl kurz zum Schluss unterbrochen. Es ist so ärgerlich. Äh, hier kommt gerade ein Gegner. Ja. Achtung, warum ist er denn so dumm? Er steht immer in der Explosion, ich weiß es auch nicht. Oh, er hätte doch einfach ganz in Ruhe weggehen können von dem. Hab ich schon reingesteckt? Ah, ich hab mal einen Fall gelassen. Ne, du hast fallen lassen, ich hab jetzt reingesteckt. Okay. Ich steck ihn jetzt, ich steck ihn neu. Hey. Was ist hier irgendwie? Oh, unsichtbarer Exploder. Oh. Oh. Mach mal bitte sterben. Oh, unsichtbarer sind nicht so einfach. Ne, ich muss nachladen, das ist jetzt ungünstig. Fack, ich auch. Äh, ich lad auch kurz nach, kurz nix. Oh, 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 oh. Sehr gut. Die Betäubungskanaden sind auch recht effektiv. Ich lad schon den Nachladen, ich glaube wir haben jetzt gerade die Nachladezeit. Ja. Da hinten spawnt einer. Ist tot, ist dich tot, ist tot, doch ist tot. Er lässt seine Ecke komplett offen, ey. Ja. Welch ein Traum für uns. Die sind hier um mich rum, die sind da, die sind da. Haben wir den gleichen Kalibrierungs-Counter? Ja, ja, haben wir. Fünf Sekunden noch. 423. Achso, der haben wir gleich, ja. Ich brauche 424. 424, ja, ja. Auswuchssporen, ja, das ist natürlich auch nervig. Ich werde mich mal hier hinstellen und von hier aus der Walle schießen. Ich kann mal durchlaufen, ich habe einen Bug gefunden, guck dir das mal an. Oh, okay, ich sehe es. Geil. Dann stelle ich mich da nicht hin. Ist ja eher schlecht. Tür mal zu. Da ist ein Quäler, aha. Ausdrucks-Counter. Ja, ich habe mir schön die Sporen mitgebracht, die Sau. Ehrlich. Soll ich abwerfen? Ja, mach mal. Wie könnt ihr euch die Wand laufen? Ich vergesse das immer. Diese Buggy Wand, ey. Ich habe gleich richtige Sporen-Party bei mir. Oh, jetzt ein Quäler. Ja. Ne, ein Strecker. Ah, Explosion. Uh. Wo kommen die denn her? Ich bin auf Pistole, ich muss nachladen. Ja, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich kann mal einen Kontakt zu dir hin, falls da was gewesen wäre. Richtig Chaos, ey. Ich brauche gleich wieder eine Impact-Nade oder so. Oder jemand, der mich haut. Ja, warte. Oh, ein Quäler. Oh, ein Quäler. Ich messere ihn. Ich bin auf Pistole. 4 Sekunden noch. Ich schaffe ihn noch mehr, ne? Ja. Oh. Okay, ich lad nach. Oh. 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 stüt hot und kal pequeña Rush und shot tendieren. Oh. Oh, stirb. Wahnsinn. Oh. Oh, krass. Oh. Elite-Ziel Muss nachladen jetzt Oh, gute Zeit zum Nachladen tatsächlich Oh, ist noch eins Oh, vier Stück noch Naja Die sollten wir jetzt wohl kriegen, wa? Ja, wow Du hast ne Runde Und du bist schön mit dem Laser am Lasern, oder was? Ja Ja, das war's Elite bei mir, aber den krieg ich tot Dann muss ich aber nachladen Noch ein Elite bei mir Oh, ich muss nachladen Er kommt zu mir, ich brauch Hilfe Ich schieße Oh, der frisst bald die Kugeln, ne? Ja Schön Geschafft? Oh ja, Tatsache Ja Okay, nachladen und noch ein Ziel und dann, äh Ah, hier wär auch noch ne Kapsel hier Ja, die hab ich mitgebracht, die hab ich mitgebracht Die steck rein, ne? Das ist das letzte Ding hier? Das ist das letzte, ne? Ja, 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 aber der wär richtig hart, ey Der wär richtig hart Okay, hab ich den Forst noch Obwohl ich jetzt noch nicht vorhaben Oh, mach zu die Scheiße hier Er steht ja da in mir Ja, ich, ich will hier draußen verteidigen Auf diesem Gang So Ihr müsst da drin bleiben Ich mach diesen Gang Sag mir Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht Oh Das ist ein Unsichtbare, ne? Das spür ich die Scheiße Oh, wir haben ein paar Stungranaten rein Oh, good time, das war ein Quäler Das ist ein Forst, das ist ein Forst Das ist ein Forst, mein Gott, ey Tot, ich hab ihn Oh, ich hab ihn Oh, bei mir Oh Müsste bald mal nachladen Jetzt muss ich nachladen, sorry Ich bin hier kurz raus Noch 40 Sekunden Was macht der Typ denn? Töte ihn doch einfach, Mann Ja, ich hab nur einen Streiter, ey Der verbraucht man so lange für so einen Streiter-Scheiß Und da kommt irgendwann wieder ein Forst, weißt Wo hat denn die ganzen Wände her? Warum haben wir keine? Ich hab nicht Dann krieg mal irgendwo neue Oh Wo kommst du denn her? Das ist ein ganzes Netz von den Viechern, ey Oh, oh, oh Ey, lässt die alle an sich vorbeilaufen Sind behinderte, wie, ne? Oh, oh, oh Ich muss mal nachladen Äh, nein, muss ich nicht Oh, scheiße Oh, uh Alter Im richtigen Moment fertig geworden Auf der Überkollierung, wa? Oh Der drückt denn hier schon auf den Knopf? Ja, vielleicht, ja, genau Geiste, boah Das ist ganz witziger Modus Oh, alles geschafft, ne? Du musst auch hier drücken Naja, ich weiß Ich wollte nur alles an Nicht, dass wir das liegen lassen hier Ähm Gute Arbeit, bitte Die, die Well played Spillover Alles geschafft Im ersten Versuch Das war gut Und 500 Kills schon mal abgearbeitet, ne? Das auch noch Mal eben die Statistik gucken Der Typ hat auch 135 Kills Das hätte ich ihm nicht so getraut, tatsächlich 173 Das ist eine ganz gute Runde, ey Schwachstellen waren wir beide sehr gut unterwegs Takedowns habe ich als einziger welche gemacht Ich habe keine Ich habe verdammt von Eliminierung Keine Ahnung, was das ist Mit der Elamine, wenn du eine Sprenger Eine Dingsmine von so einem Splendor oder sowas in die Luft jagst, glaube ich Ich finde, das sind sehr wenig EP für so ein Spillover Event Tatsächlich Ja, finde ich auch Dafür das ist echt relativ lange gedauert Ja, also Punktemäßig Ich würde jetzt nicht Und dann gehen wir zurück zum Menü Aber sonst war es eine spaßige Runde Kann man mal spielen, ne? Wenn es eine Sprengerung gibt, kann man mal spielen, ne? Wenn es eine Weg gibt, um sie zu stoppen, dann findest du es. Aber ich weiß, Du, find me first